Herzlich willkommen am nächsten Meilenstein der Grob-Historie. Back to the Roots. Mit der neuen FIAX-Serie kehrt Grob mit einem breiten Maschinenangebot in den FIAX-Markt zurück. Mit der G440, G640 und G840 haben wir robuste und modular konfigurierbare Maschinen für Sie im Angebot. Die neue FIAX-Serie ermöglicht es, Innenbauteile mit einem Störkreisdurchmesser von 800 mm bei der G440 bis hin zu 1600 mm bei der G840 zu bearbeiten. Dabei stellen Wirkstückgewichte von bis zu 2200 kg kein Problem dar. Das Werkzeugmagazin ist mit einer eigenen Steuerung ausgestattet und mechanisch komplett von der Maschine entkoppelt. Dadurch können Sie beispielsweise zu jeder Zeit vom Einscheiben-Pickup-Magazin auf ein größeres Magazin auffristen. Und das mehr oder weniger einfach per Plug & Play. Das Spindelportfolio ist bei der FIAX-Serie in gewohnter Grobmanier breit gefächert. Es erstreckt sich von der kleinsten HSK 63 Spindel hin zur HSK 100 Getriebespindel mit bis zu 2400 Newtonmetern Drehmoment. Ausgewährte Spindeln sind ebenso als SK, CAD und BT Ausführung verfügbar. Dadurch sind Sie in der Lage, die für Ihre Prozesse und Bauteile bestens geeignete Spindel zu wählen. In unserem Work in Mendelheim arbeiten mehr als 4700 Mitarbeiter mit einem Ziel. Eine schnelle Lieferung zu gewährleisten und Ihre Wünsche zu übertreffen. Für Sie machen wir es möglich. Auch wenn das bedeutet, dass Ihre Maschine kurzfristig per Luftfracht versendet werden muss. Neben einer robusten und zuverlässigen Maschine aus dem Hause Grob erhalten Sie einen Partner auf Augenhöhe mit mehr als 90 Jahren Erfahrung im Worksheet Maschinenbau. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderungen.